Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FotoMove in der Lazy Lightroom Version. Die, das Format, wie man ja so schön sagt, in dem es darum geht, dass ich mit euch gemeinsam Fotos aussuche, die dann auf meinem Instagram-Account, den ich hier unten natürlich einblende, da ist unten, auf meinem Instagram-Account hochlade. Ihr könnt so ein bisschen schauen, wie meine Strategie ist, wenn man da überhaupt von Strategie reden kann, wie die Bearbeitung ist und wie die Auswahl bei mir ausfällt. Und da ich das Ganze in Lightroom bearbeite, gibt es da sicher auch noch den ein oder anderen Trick abzuzocken. Also seid gespannt, um welches Bild es heute geht. Oh, na, da war der Bildschirm aber lange schwarz. Das war aber nicht beabsichtigt. Ihr seht, wie auch in der letzten Folge, ich sitze hier immer noch mit dickem Schal. Es ist leider immer noch nicht wärmer geworden. Der Wetterbericht verheißt ja, dass es am Wochenende ein wenig in den Temperaturen wieder zunimmt. Also haltet zumindest für mich die Daumen und haltet mir auch die Daumen, dass die nun zusehends sich verschließende Nase nicht noch zu einer ordentlichen Erkältung auswirkt. Das fände ich tatsächlich nicht so schön. So, wir haben wie immer einen großen Sack an Bildern, aus dem wir auswählen können. Ihr seid ja auch immer mit dabei. Und hier sehen wir noch das Foto aus der letzten Folge. Na, das kann ich ja da jetzt auch mal rauslöschen, weil das wollen wir ja nicht zweimal senden. Und ich gehe mit den Miniaturen mal etwas kleiner. Und ich würde gerne noch mal ein weiteres Detail hochladen. Und ich glaube, dann gehen wir noch mal zu den Damen. Und ich will mal etwas Gewagteres tun. Und zwar, was ist denn jetzt mal Gewagter? Nehmen wir doch mal was für die Menschen, die Füße durchaus auch interessant finden. Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt Fußfetischisten, falls ihr denkt, ich würde mich nicht trauen, das Wort auszusprechen. Sondern einfach Menschen, die eben auf Details auch stehen. Und ich hätte es ja nicht fotografiert, wenn ich es nicht auch mögen würde. Es sind, glaube ich, auch nicht die klassischen Füße, die Fußfetischisten da bevorzugen. Soweit ich weiß, müssen die immer ganz doll pedikürt sein und so. Sondern es sind halt einfach zwei Füße. Und damit begibt man sich ja auch bei Instagram vielleicht auf so ein bisschen Glatteis. Auf der einen Seite denken eben alle zuerst an, das ist so ein blöder Fetisch. Finde ich, wie gesagt, nicht. Und des Weiteren gibt es, das weiß ich einfach aus eigener, nicht eigener Anschauung, aber aus vielen Erzählungen, gibt es auch Leute, die Füße einfach schlicht eklig finden. Also genau das Gegenteil von Fußfetischisten sind. Also das war nicht die Intention, dieses Foto zu machen. Ich persönlich, wenn es um Körperteile geht, wenn es um Details geht, ich mag Füße wirklich sehr gerne. Und ohne jetzt eine tiefere erotische Beziehung zu ihnen zu haben. Aber ich mag einfach, ja, die Tatsache, dass Füße uns den ganzen Tag tragen, dass sie schwere Arbeit leisten müssen, dass sie dafür aber trotzdem ja doch relativ grazil sind. Aber wenn ich jetzt weiterrede, glaubt mir auch kein Mensch mehr, dass ich kein Fetischist bin. Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Aber hier dieses Detailfoto, Füße auf diesen wunderschönen roten Samt. Das war eine Samt-Couch, wenn ich mich da recht entsinne. Und das Foto ist an sich schon mal, so wie es jetzt ist, gar nicht total übel. Das wäre so eins der wenigen, wo ich fast sagen würde, wir gucken jetzt. Aber das kann man auch eigentlich schon so fast hochladen. Aber wie immer fehlt mir vielleicht so der letzte Kick. Und deswegen gehen wir da doch mal in die Bearbeitung und betrachten das Bild mal etwas genauer. Einfach auch um Vergleiche zu sehen. Der Ausschnitt gefällt mir ganz gut. Da würde ich diesmal also nichts Grobes dran ändern wollen. Ich schaue mal, was die Belichtung noch so hergibt. Wie viele Details da noch sind. Und, na, da sind schon einige, aber ein bisschen heller können wir es machen. Das Dunkel hier hinten bleibt aber tatsächlich auch verborgen. Man könnte es mit den Tiefen etwas raufziehen. Aber wenn, ja, wenn nur ganz leicht, dann bekommt, erkennt man keine Details, sondern sieht oben in den dunklen Bereichen, vielleicht bekommen die Bereiche dann so einen leichten Samtigen Rotstich. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt gucken wir uns die Temperatur an. Ich finde die Hautfarbe eigentlich auch nicht unangenehm. Aber ich mache das Bild mal kühler, um zu sehen, ob es dann vielleicht noch etwas kräftiger wirkt. Und das tut es tatsächlich. Ich würde jetzt nicht zu viel Sonnigkeit drin lassen. Ich darf aber auch nicht zu viel rausziehen, sonst wird der Samt zu blau. Aber so finde ich die Hautfarbe dann doch ein wenig natürlicher. Und den Kontrast heben wir auch noch ein klein wenig an. Dadurch kommt die Sonnigkeit dann auch mehr zum Tragen. Und auch die Klarheit kann vielleicht da noch ein wenig helfen. So, ja, ja. Je länger ich hinschaue, was für eine ungewöhnliche Fußhaltung der linke Fuß da hat. So überstreckt. Aber auch ganz interessant. Und, ja, die Dynamik schauen wir uns noch etwas an. Und in dem Fall, ich gebe ein kleines bisschen Dynamik rein. Raus? Nein. Raus? Ja, vielleicht ein bisschen sogar raus. Na, schau mal einer an. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also, ich kann nur immer jedem empfehlen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja, man kann auch manchmal nicht hell sehen. Na, ja, rausgefällt mir gerade jetzt besser. Der rote Samt. Da würde ich tatsächlich, was ich, wie ihr wisst, ja selten tue, nochmal versuchen, diese Rottöne hier unten separat noch ein bisschen herauszuarbeiten. Und zwar auch ausprobieren, indem wir den Farbton vielleicht noch etwas ändern. Ja, so haben wir ein bisschen kräftiger. Die Sättigung ist dann auch etwas kräftiger. Oh, die Luminanz kann so bleiben. Also, der Farbton ist die Farbigkeit. Also, zwischen zwei verschiedenen Rotarten wählen. Die Sättigung ist einfach die Menge der Farbe, die zu sehen ist. Und die Luminanz ist die Mischung des Farbtons mit Helligkeitswerten. So, und daraus kann man dann eben sich eine Veränderung zusammenfriemeln. Irgendwie gefällt mir aber unten links, unten links der Teil immer noch nicht, weil der mir zu blau ist. Und woran das liegt, kann ich euch sagen. Die eigentliche Situation vor Ort war eben auch eine so ein bisschen Mischlicht-Situation. Und wir haben hier Tageslicht, das so blauen Schimmer gibt. Und das probiere ich jetzt einfach mal, indem ich jetzt hier relativ grob diesen Bereich markiere. So, schauen wir, was er da genommen hat. Ja, genau, das ist schon der Bereich, den ich meine. Indem wir da noch etwas Gelb zugeben. Ja, das funktioniert wunderbar. Das Gelb hält das aber jetzt etwas auf. Deswegen will ich ein bisschen Farbe wieder rausnehmen. Und schon ist alles in einem samtigen Rot, wie man es sich nur wünschen kann. Samtiges Rot und samtiger Fuß. Ja, ich bin ein bisschen verrückt offensichtlich. Wir können das mal eben im Vergleich uns anschauen. Das brauche ich nämlich auch immer. Bläulich. Ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Auf den Bereich da unten. Auf den Bereich da unten. Etwas größer. Und zwar bläulich. Nicht mehr bläulich. Bläulich. Nicht mehr bläulich. Hinten und her. Hinten und her. Her und hin. So. Wir passen das Bild wieder ein. Dann haben wir die Übersicht. Und hier würde ich jetzt tatsächlich auch die Vignettierung, die von mir ja so gemochte Vignettierung, auch nochmal probieren. Mal Effekten. So, das mit der Farb- und Lichter Priorität erkläre ich euch vielleicht mal an einem besseren Beispiel. Wann anders. Und wir geben noch ein bisschen. Ja, dadurch wird der tatsächlich noch samtiger. Machen wir den etwas eckig. Ich will jetzt hier nicht vor mir hin brummeln. Denn wir haben halt, ich habe die Stärke, den Mittelpunkt und die Rundheit der Vignettierung kann man eben beeinflussen und die Weichheit der Vignettierungskante, die das dann offensichtlich immer etwas abschwächt. Und ich glaube, so ist es aber sehr schön, wenn ich das mal aus- und wieder einschalte. Dann sehe ich nix. Das ist los. Das ist los. Ach so, Kamerakalibrierung habe ich jetzt hier. Vorsehentlich ein- und ausgeschaltet. Effekte will ich aber ein- und ausschalten. Okay, na, wenn man auf den falschen Schalter druckt. Jetzt sieht man es aber, seht ihr, eine sehr helle Umrandung und eine schöne Vignettierung, die auch als Vignettierung eigentlich gar nicht auffällt, sondern tatsächlich auch hier das Rote Samtes noch einmal wunderbar betont. So, das war es mit diesem Bild, wie immer der Vergleich. Vorher, nachher. Es ist wieder einiges passiert. Wir setzen die Einstellungen mal zurück. Das war das Bild, von dem ich ursprünglich sagte, ach, ist ja schon gar nicht so schlecht. Aber aus ist ja schon gar nicht so schlecht wird dies Bild hier. Und das vielleicht auch mal so als allgemeiner Ratschlag, wenn man so will. Macht vor Ort die bestmöglichen Fotos. Dann ist die Chance sehr groß, dass man ein sehr gutes Foto hat und es in der Bildbearbeitung zu einem richtig guten Foto zu machen. Oder zu einem sehr, sehr guten Foto. Also es noch mal zu steigern. Natürlich kann Bildbearbeitung auch dazu dienen, Fehler, die man gemacht hat, auszugleichen. Oder aus schlechten Bildern okay Bilder oder meinetwegen auch gute Bilder zu machen. Mache ich auch. Ich koche ja auch nur mit Wasser. Ich bin ja kein Zaubermeister. Manchmal geht was schief oder das Bild ist wirklich nicht ganz so, wie ich das möchte. Und dann kann man es natürlich noch in so einen Bereich peppen, der wirklich gut ist dann auch. Aber schön ist eben, wenn man ein gutes Ausgangsmaterial hat und wenn man dann ganz leicht diesen guten Ausgangsmaterial noch den letzten Kick verpasst. Das ist das, was ich hier ja jetzt auch relativ deutlich versuche und hoffentlich gemacht habe. So, das Bild geht dann in den Instagram-Kanal. Da werdet ihr es nach der Sendung spätestens sehen. Und der Kanal ist, wie immer hier unten eingeblendet. axel-j-scherer. Dort findet ihr mich bei Instagram. Da können wir gemeinsam quasi gucken, wie es denn läuft. In diesem Fall jetzt werde ich eine Million Fußfetischisten auf meine Seite ziehen oder werden die Fußhasser meinen Kanal boykottieren oder, was am wahrscheinlichsten ist, wird das Bild zur Kenntnis genommen, von einigen geliked und über die Füße gar nicht mehr viel gesprochen. Das könnt ihr dann alle auf meinem Account bei Instagram anschauen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Werden steif Sl oğlum. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Einde! Danke. Danke. Danke Tea. Danke. 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 Danke.